Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Agent Undercover aus dem Piatnik Verlag. Ein Spiel für drei bis acht Spieler ab zwölf Jahren mit einer Dauer von circa einer Stunde. Ja, ich zeige euch wie immer jetzt, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Agent Undercover. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine mehrsprachige Anleitung. Dann gibt es hier lauter verschiedene Kartenpäckchen, die man am Anfang einmal in diese Tüten einsortieren muss. Danach hat man die so in der Spieleschachtel liegen, was es damit auf sich hat und wie man das Spiel ansonsten aufbaut, das zeige ich euch im nächsten Video. Einen richtigen Spielaufbau gibt es hier gar nicht. Man muss einfach vor dem ersten Spiel die ganzen Karten hier in diese Tüten packen. Und zwar ist es immer so, dass es von jedem Ort sieben Karten gibt und dann gibt es immer Geheimagentenkarten. Die schauen immer gleich aus. Und jetzt muss man einfach von jedem Ort den Stapel nehmen, also die sieben gleichen Karten nehmen und obendrauf eine Geheimagentenkarte packen und diesen ganzen Stapel jeweils in eine Tüte hineinschieben. Damit hat man jetzt einfach einen Haufen Orte, also in jeder Tüte ist immer der gleiche Ort drin und ein Geheimagent. Das sind 26 verschiedene Orte und um jetzt so ein Spiel zu starten, nimmt sich jeder Spieler einfach noch hier so eine Übersichtskarte über diese Orte. Nach ein paar Runden kennt man die Orte besser und dann läuft das Spiel auch besser, denn man muss die Orte wissen, um hier gute Geschichten sich einfallen zu lassen, um die Geheimagenten aufs Glatteis zu führen. Wenn man die Orte nicht kennt, dann ist es schwierig, aber das erkläre ich euch gleich noch genauer. Grundsätzlich geht es jetzt einfach so los, dass sich der Spieler, der den Startspieler macht, einfach irgendeine von diesen Tüten nimmt, nimmt sich diesen Stapel Karten raus, zählt so viele Karten runter, wie Spieler teilnehmen, also mindestens drei. Die Karten dürfen nicht angeschaut werden und die Geheimagentenkarte muss in jedem Päckchen die erste Karte sein, die drin liegt, dass die auf jeden Fall immer mit dabei ist. Und dann zählt einfach der Startspieler so viele Karten runter, wie Spieler teilnehmen. Sagen wir mal, vier Spieler nehmen teil. Die restlichen Karten, die kommen jetzt mal kurz zur Seite, die spielen nicht mit. Dann werden diese vier Karten durchgemischt und blind an die Spieler verteilt. Das heißt, die Spieler wissen nur, welche Karte sie selber haben, aber nicht, welche Karte die anderen Spieler haben. Das ist ganz wichtig, denn es geht ja darum, den Geheimagenten zu überführen. Und wie das funktioniert, erzähle ich euch, nachdem ich euch die Spielidee vorgelesen habe. Bei Agent Undercover schlüpfen die Spieler in unterschiedliche Rollen. Jede Runde entführt sie an einen anderen Ort. Ein Spieler ist immer der Geheimagent, der allerdings nicht weiß, an welchem Ort er sich befindet. Seine Mission ist es, die Mitspieler zum Reden zu bringen, um herauszufinden, wo er sich aufhält. Dabei muss er seine Fragen so geschickt stellen, dass er nicht sofort als Geheimagent entlarvt wird. Die anderen Mitspieler, die sich in der Rolle der Akteure vor Ort befinden, geben einander vorsichtige Hinweise, welche zeigen, dass sie genau wissen, wo sie sich befinden und so beweisen, dass sie nicht der Geheimagent sind. Beobachtung und Konzentration, Feingefühl und Kreativität, Ungeniertheit und List sind notwendig, um die anderen zu durchschauen und selbst nicht aufzufliegen. Es geht also darum herauszufinden, wer der Geheimagent ist und der Geheimagent muss herausfinden, an welchem Ort er sich befindet. Denn dadurch, dass hier ein zufälliges Päckchen genommen wurde und dann auch blind ausgeteilt wurde, wissen jetzt nur die Spieler, die natürlich einen Ort auf ihrer Karte drauf haben, wo sie sind, aber nicht der Geheimagent. Ich werde jetzt die Karten mal aufdecken. Die dürfen natürlich unter keinen Umständen aufgedeckt werden, denn sonst weiß der Geheimagent sofort, wo er ist und die Spieler wissen auch sofort, wer der Geheimagent ist. Aber um es euch zu erklären, decke ich sie jetzt mal kurz auf. Wir sehen jetzt hier, unsere vier Spieler befinden sich im Zirkus. Das steht hier oben drauf, Zirkus. Und der Geheimagent weiß es eben nicht, denn er kriegt nur eine Karte, wo drauf steht, ich bin der Geheimagent. Hier unten in der Ecke stehen jeweils noch die Funktionen, die die Spieler ausüben. Also er zum Beispiel wäre der Feuerschlucker, er wäre der Zauberer, er wäre der Hochseilakrobat. Man kann sich auf diese Personen beziehen, um seine Fragen zu stellen. Man muss es aber nicht. Und wichtig ist bei der Sache einfach, Fragen zu stellen, die auf den Geheimagenten hindeuten könnten. Also Fragen zu stellen, die er vielleicht nicht beantworten kann. Jemand, der aber auch an diesem Ort ist, schon beantworten kann. Aber diese Fragen so zu stellen, dass der Geheimagent eben nicht sofort drauf kommt, anhand der Frage, wo er ist. Also wenn es hier unser Hochseilakrobat fragen würde, und bist du sicher, dass das Seil auch sicher hängt? Und stellt diese Frage an den Spieler hier drüben. Und er sagt, ja, wir haben das ganz oft geprüft. Dann kann natürlich unser Geheimagent darauf schätzen, wenn ich jetzt diese ganzen Orte anschaue, die es so gibt, wo er ist. Denn es wird wahrscheinlich weder auf der Bank, auf der Botschaft, im Casino, auf der Dampflok, im Filmstudio, vielleicht noch. Firmenfeier, Flugzeug, Hotel, Krankenhaus, Kreuzfahrtschiff, Militärbasis, Piratenschiff, Polarstation, Polizeistation, Restaurant, Schule, Strand, Supermarkt, Theater, U-Boot, Universität, Wellness-Tempel, Weltraumstation, Werkstatt und Zirkus. Das sind die Orte, die es gibt. Und bei den wenigsten Orten wird wohl ein Seil gespannt sein, das sicher sein könnte. Also hier könnte der Geheimagent bei so einer Frage relativ schnell darauf schätzen, wo er ist. Hier in der Mitte der Spielanleitung gibt es nochmal eine Übersicht über diese ganzen Orte. Kann man sich in die Mitte legen. Wie gesagt, jeder Spieler kriegt auch nochmal so eine kleine Karte mit, er weiß, welche Orte es gibt. Und nach ein paar Runden wissen die Spieler auch, welche Orte es gibt und wie man hier Fragen stellen kann, die vielleicht auf mehrere Orte hindeuten können. Also es gibt zum Beispiel ein Piratenschiff, ein Kreuzfahrtschiff. Da hat man schon mal zwei verschiedene Schiffe, wo man Fragen stellen kann, die beides betreffen könnten. Oder man geht grundsätzlich einfach von einem Teil aus, was sich bewegt. Dann hätte man auch die Dampflokomotive und das U-Boot. Also hier kann man einfach schauen, dass man Fragen stellt, die auf etwas hindeuten von diesen Begriffen, aber eben nicht genau zeigen, wo man ist. Das lernt man mit der Zeit. Da muss man ein paar Runden spielen. Das dauert ein bisschen, bis die Spieler das kapiert haben. Aber wenn man das Ganze durchhält und kommunikative Spieler hat, die gerne solche deduktiven Spiele spielen, dann ist es ein ganz großartiges Spiel. Also gehen wir das mal der Reihe nach kurz durch, wie das Ganze jetzt abläuft. Grundsätzlich braucht man eine Stoppuhr. Man muss hier acht Minuten stoppen, in denen die Spieler sich gegenseitig Fragen stellen und dann spätestens nach diesen acht Minuten ist eine Runde vorbei. Wir spielen hier vier, fünf Runden. Man kann auch mehr Runden spielen. Darauf einigen sich die Spieler. Wenn man so circa vier bis fünf Runden spielt, dann dauert das Spiel ungefähr eine Stunde. Also wir brauchen eine Uhr, eine Eieruhr, ein Smartphone, irgendwas, auf dem wir acht Minuten messen können. Wir starten diese Uhr und der Spieler, der gerade ausgeteilt hat, unser erster Startspieler, fängt an, eine Frage an einen beliebigen Mitspieler zu richten. Und zwar in der Hinsicht, dass er seinen wirklichen Namen sagt. Zum Beispiel Thomas. Das ist unser Spieler hier drüben. Und fragt ihn jetzt einfach irgendwas, wo die beiden sich danach klar sind, okay, wir sind wahrscheinlich beide im Zirkus. Also am gleichen Ort. Ist natürlich der Startspieler der Geheimagent. Dann wird es für den schon ein bisschen knifflig, am Anfang eine Frage zu stellen, die nicht gleich zeigt, dass er null Plan hat, wo er ist, sondern einfach irgendeine allgemeine Frage zu stellen. Man muss ja auch nicht eine Frage zu dem Ort stellen, wo man ist. Man kann jede beliebige Frage stellen, wie viel Uhr es ist, wie ist das Wetter heute. Total egal. Die Spieler müssen nur eben draufkommen, wer ist der Geheimagent. Und somit könnte jetzt unser Hochsaal-Akrobat den Feuerschlucker ja vielleicht einfach mal fragen, weißt du, wo ich das Netz hingeräumt habe? Und da kann unser Feuerschlucker antworten, ich glaube, das habe ich unten gesehen. Und jetzt wissen die zwei wahrscheinlich schon mal, okay, also er hat drauf richtig reagiert. Unten könnte er vielleicht im Keller gemeint haben. Unser Geheimagent kann jetzt schätzen anfangen, Netz, Piratenschiff vielleicht, die brauchen ein Netz, um zu angeln. Oder am Strand vielleicht ein Fischernetz. Also er hat jetzt hier mehrere Möglichkeiten, schon mal zu überlegen, was es sein könnte. Jetzt ist der Spieler dran, der eben befragt wurde und der muss einen anderen Spieler befragen. Er darf nicht in Gegenfrage den Spieler, der ihn gerade befragt hat, befragen, sondern muss sich einen anderen Spieler raussuchen. Und fragt zum Beispiel jetzt unseren Geheimagenten, scheint die Sonne heute nicht wieder wunderschön am Horizont? Und der Geheimagent denkt sich jetzt, okay, ich bin auf dem Piratenschiff wahrscheinlich oder am Strand und sagt, ja, die Sonne ist heute wirklich toll. Und jetzt können sich die anderen Spieler mal überlegen, okay, wir sind in einem Zirkuszelt, wir sehen die Sonne überhaupt nicht. Also möglicherweise hat er jetzt diesen Spieler gerade eben aufs Glatteis geführt. Er hat falsch reagiert, weil er nicht wusste, wo er ist und einfach den falschen Ort angenommen hat. Und deswegen könnten wir ihn jetzt überführen. Also, es werden Fragen gestellt und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie so eine Runde eben endet. Und die gehen wir jetzt kurz der Reihe nach durch. Zum einen kann der Geheimagent die Runde beenden, indem er sagt, stopp, ich bin da und da. Hat er den richtigen Ort geraten, gewinnt der Geheimagent die Runde. Und der Geheimagent, wenn eben richtig geraten hat, bekommt zwei Punkte. Und wenn er selber die Runde beendet hat, bekommt er zwei Extrapunkte. Der Geheimagent gewinnt natürlich auch, wenn die Spieler einen falschen Spieler beschuldigen. Dazu kommen wir jetzt gleich. Denn die Zweiten, die natürlich das Spiel beenden können oder die Runde beenden können, sind die Spieler selber. Einmal pro Runde sagen, ich stoppe das Spiel und ich möchte einen Verdacht äußern. Jetzt können die anderen Spieler sagen, nee, mache ich nicht mit, weil ich habe keine Ahnung, wer es sein könnte. Wenn keiner mitmacht, dann wird dieses nicht gemacht mit dem Verdacht äußern und das Spiel läuft einfach weiter. Aber wenn auch die anderen Spieler sagen, ja, ich vermute, ich weiß es auch, dann zeigen die Spieler alle auf eine Person. Zeigen alle Spieler auf die gleiche Person. Dann ist die Runde beendet und der Spieler muss zeigen, wer er ist. Ist er der Geheimagent, haben die Spieler gewonnen, also die anderen Spieler. Und dafür bekommt jeder Spieler einen Punkt. Und der Spieler, der gesagt hat, stopp, ich möchte eine Beschuldigung aussprechen, bekommt einen extra Punkt. Haben die Spieler den falschen Spieler beschuldigt, hat natürlich unser Geheimagent wieder gewonnen und kriegt seine zwei Punkte. Und das dritte, wie ich so eine Runde enden kann, ist natürlich, wenn die acht Minuten abgelaufen sind, dann müssen die Mitspieler einen Verdacht äußern, wer der Geheimagent ist. Beginnen mit dem Startspieler und dann im Uhrzeigersinn. Muss jeder eine Stimme abgeben. Auch der Geheimagent gibt natürlich seine Stimme ab, um von sich abzulenken. Und wenn die Mehrheit der Stimmen auf den Geheimagenten fällt, dann ist er entlarvt. Und wenn nicht, hat eben der Geheimagent gewonnen. Gewinnt der Geheimagent, kriegt er wieder zwei Punkte. Gewinnen die anderen Spieler, kriegt jeder einen Punkt. Und damit ist dann diese eine Runde gespielt. Der Geheimagent von eben wird der neue Startspieler, sucht sich wieder aus den ganzen Tüten hier irgendeine Tüte raus. Nicht vorher anschauen, sondern einfach irgendeine verdeckt nehmen. Teilt wieder entsprechend Karten an die Spieler aus. Und die nächste Runde wird gespielt. Und das Ganze spielt man eben so lange, wie man eben Lust hat. Also vier Runden, fünf Runden, zehn Runden, wie lang man eben mag. Das war sie, meine Brettspielvorstellung von Agent Undercover aus dem Piatnik Verlag. Wie gesagt, das Spiel ist am Anfang etwas komisch und sperrig. Aber sobald man mal die Orte kennt und hier Zusammenhänge zwischen den Orten nutzen kann, um den Geheimagent aus Glatteis zu führen, wird das ein ganz großartiges Spiel. Natürlich, umso mehr Spieler teilnehmen, umso witziger ist das Ganze. Also mit drei Spielern funktioniert es. Mit fünf Spielern haben wir es gespielt. Das war schon ziemlich cool. Mit Kindern sollte man es wirklich nur spielen können, wenn die schon ein bisschen älter sind und auch entsprechend solche Fragen bauen können. Denn acht Minuten sind nicht lang und da muss man schon ein bisschen Gas geben, um den Geheimagenten aufs Glatteis zu führen. Wir hatten hier wirklich teilweise Fragenstellungen, die genial waren und der Geheimagent dann total falsch reagiert hat und wir sofort wussten, wer er ist. Wir hatten aber auch Runden, bei denen wir nicht herausgefunden haben, wer der Geheimagent ist, weil andere Spieler irgendwie komisch reagiert haben auf Fragen, wo man sich dachte, hä, das passt ja irgendwie jetzt nicht richtig zum Ort. Aber wenn man danach darüber geredet hat, dann weiß man, wie sich derjenige das vorgestellt hatte und es hätte doch zum Ort gepasst. Das ist also sehr, sehr cool und sehr, sehr lustig. Ein Spiel, wo man sich darauf einlassen muss und ein bisschen lernen muss. Danach funktioniert das aber wirklich wunderbar. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut. Euer Michael. Servus, macht's das Video gefallen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020